ja herzlich willkommen zurück und wir sind auf der nexus dem geschulten auge wird auffallen hey da haben wir doch letzte folge bei der hundertsten folge gar nicht geendet ich will euch gerne ein bisschen abholen und sagen was passiert ist und zwar habe ich gegrindet das erste mal in dem spiel und das ohne euch ich bin von stufe 58 habe ich auf level 60 gegrindet das habe ich gemacht indem ich ihn wollte ein kettlager nach dem anderen auseinander geschlagen habe und jedes mal 360 xp punkte dafür bekommen habe also das ganze hat so ungefähr zwei zweieinhalb stunden gedauert hintergrund warum ich das gemacht habe ist dass ich gleich unbedingt mit euch noch neue waffen herstellen will bevor es dann losgeht dass ich bestmöglich vorbereitet auch bin oder wir wir gehen ja zusammen dahin und ja das hat noch mal gute zweieinhalb stunden gedauert und man hätte auch noch drei folgen daraus machen können aber ich glaube dann hättet ihr mir die freundschaft gekündigt und ich habe einen tipp von dem eno bekommen deshalb stehe ich hier von dem eno 77 und der hat gesagt rede doch mal mit dem vladimir das ist grau unterlegt und so kannst du dann auch die letzte quest lösen die dummen quest lockers und das will ich natürlich jetzt machen und ausprobieren jemand aus dem kälteschlaf holen ich möchte eine bestimmte person aus dem kälteschlaf holen name und kennzeichnung falls verfügbar da ist sie grace lito ich habe gehört dass die chef ingenieurin auf eos zurück in den kälteschlaf gegangen ist wir hatten einige anfragen dieser art die ersten monate in helios waren entmutigend jetzt wo brot romos wieder auf kurs ist will ich sie zurück im einsatz chef ingenieurin grace lito kennzeichnung e 97 durango einsatz erfolgt in kürze sonst noch etwas pathfinder das war es hier soweit bis zum nächsten mal das quest habe ich abgeschlossen muss ich jetzt noch mit edison reden ich weiß es nicht vielleicht hat die noch ein neues gespräch pathfinder direktor edison auf wiedersehen pathfinder jetzt wissen wir beide wieder wie wir heißen und dann gucken wir doch mal nach das logbuch helios aufgaben clear verbündete und beziehung clear die einzigen die ich natürlich noch habe klar das sind diese ganzen scan und sammel quest die ich jetzt nicht extra machen wollte aber eine haben wir noch die priorisierte aufgabe meridian auf dem weg nach hause die will ich auch machen das gute ist dass ich dass wir gerade auf der nexus sind ist wir können uns noch ein paar mods holen wir haben so viel kohle könnte wahrscheinlich die ganze nexus hier kaufen so und dann fahren wir mal zur docking buch da stehen dann auch die händler und kaufen noch ein paar mods genau damit wir gleich auch noch ein bisschen was bauen können wo sind denn die waffenhändler hier auf dem händler ich habe nicht viel neues im angebot tut mir leid schlecht hast du denn mods für mich gar nicht das ist natürlich verbesserung auch nicht ja das war und hier war patzerhändler ja gut der hand natürlich auch nichts ich glaube hier haben wir haben sie wieder zu sehen ich glaube hier haben wir ja genau die hatte die erweiterung guck mal wir haben noch 54.000 dann doppel modderweiterung altipanzerungsmodul auch können direkt mehrere nehmen biotik bin ich ja gar nicht sonst hätte ich jetzt waffenschaden schadenswiderstand immer nicht schlecht mir die gedre ja komm packen wir mal ein hier heute heute drehen wir den euro mal nicht um schild beschleunigt er passt alles was mit text zu tun hat nehmen wir auch mit ich glaube jetzt nicht dass ich mehr ich habe noch einige punkte die ich gleich vergeben kann aber ich glaube ich würde jetzt auf gar keinen fall würde ich jetzt hierher gehen wollen und dann auf biotik skillen und mich komplett neu ja neu einrichten ach komm das reicht jetzt auch erst mal wie viele haben wir 10 10 riesen ja passt können wir noch versorgungsgüter verkaufen ach da hatten wir auch noch welche in der tasche gut sehr schön na komm hallo hallo hast du noch ein ne hat gar nichts mehr für uns hab ich noch eine lackierung mitgenommen ich weiß gar nicht ob ich alle lackierungen gefunden habe oder ob sie irgendwo noch ein easter egg mäßig irgendwo eine rumschliert vielleicht aber auch im dlc das weiß ich jetzt nicht hier haben wir alles gemacht und dann können wir die waffen mir auch auf der auf der nexus tempest herstellen und da würde ich ganz gerne tatsächlich das volle programm fahren ja komm gib stoff hallo hi so was ich jetzt ganz gerne noch machen würde schon mal ausstattung da würde ich nämlich und zwar nehme ich die hier raus ich sag euch auch warum dann nehme ich einfach irgendein sturmgewehr jetzt mit rein die hätte ich würde ich ganz gerne noch behalten wollen und hier nehme ich irgendeinen und hier nehme ich irgendeinen und hier nehme ich irgendeinen boah sieht das übel aus und habe ich übrigens noch nie gesehen so da nehme ich mal irgendwie so und das mache ich ja obwohl sieht auch krass aus hier das mache ich bestätigen auswahl bestätigen wo können wir das machen ja damit ich die andere gleich zerlegen kann weil wenn ich die anhabe kann ich die nicht zerlegen hoffentlich kommt das alles hin was ich mir jetzt vorgestellt habe so wir wollen erstmal forschen und zwar waffen hätte ich ganz gerne die hurricane haben wir schon das jetzt nicht ob ich die schon erforscht habe genau erforscht habe ich die nämlich schon da habe ich geguckt ob das nämlich klappt mit stufe 60 und das ist die neueste vorher hatten wir die 6er jetzt holen wir uns nämlich die 8er sonst hätten wir nur einen sprung nach oben machen können auf die 7er aber jetzt auf die 8er die black widow will ich herstellen ich will auch herstellen die habe ich auch erforscht das asari schwert auch level 8 level 9 kriegen wir hier nicht was mir unheimlich spaß gemacht hat das asari schwert weil wir auch so kurz verschwinden und einen hohen nahkampfschaden haben an rüstung würde ich ganz gerne ich habe mich tatsächlich entschieden und zwar habe ich hier auch schon ein bisschen nachgeguckt und was erforscht und zwar relikt technologie ich hoffe ich habe da die richtige entscheidung getroffen indem ich die reliktpanzerung nehme bei der reliktpanzerung die besonderheit wir gehen hier voll auf schilde und gesundheitsregeneration also im gegensatz zur passvereiner rüstung haben wir jetzt ein bisschen weniger schaden aber haben dadurch mehr schilde mehr regeneration und mehr gesundheitsoptionen das finde ich gar nicht so schlecht passt auch gut in die letzte szene für meridian und ich probiere das mal aus hier eine große besonderheit was mich schwer gewundert hat der relikt brustpanzer also alles konnte ich bis zur stufe 8 machen und beim brustpanzer konnte ich bis auf stufe 10 gehen das habe ich natürlich gemacht deshalb habe ich den erforscht und die sachen werden wir jetzt auch entwickeln und bauen wir fangen an mit der mit dem brustpanzer genau mit dem sind wir hier bei oder gehen wir mal hier her bei dem brustpanzer jetzt muss ich gucken dass ich hier intelligent mods rein hole die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert ich habe nur die forschung gemacht so was können wir denn hier nehmen ausbalancierte feldspulen letzten 20 prozent der munition das ist dann wohl der letzte schuss in meinem magazin ja das ist sehr gut dann nehmen wir hier einen goldenen rein hier können wir rein nehmen wir haben ja natürlich viel oder einiges nehmen wir auch mal das medigel regulatoren da rein dann nehmen wir hier reaktionsoptimierer finde ich gut ich sage euch auch warum komboschaden habe ich jetzt in den letzten folgen sehr viel mit gemacht also sprich dass ich erst feuerbälle oder feuerplasma ich weiß jetzt gar nicht mehr wie es genau heißt und dann die überladung und das hat unheimlich hohen schaden gemacht das fand ich gut deshalb habe ich vorher vernachlässigt reaktionsverdränger dann gehen wir auf die radien und was haben wir hier für kinetische spulen waffenschaden oh ja das machen wir auf jeden fall die nehmen wir auch mit rein herstellen und da hatte sich angeboten der elias elias erhard wollte ganz gerne seinen namen haben und ich habe mich darüber gefreut das machen wir elias erhard mal machen wir mal so deine rüstung ich hoffe jetzt noch an wenn ich deinen nachnamen ein bisschen oder deinen tag ein bisschen umgewandelt habe dann haben wir schon mal die rüstung was brauchen wir noch wir brauchen nach der rüstung den helm da haben wir nur level 8 den können wir machen der sieht aber auch schon bitter böse aus den nehmen wir und jetzt was packen wir hier denn rein dann nehmen wir hier kräftestärke schildbeschleuniger schildgeneratoren irgendwas mit schaden tag aufladen modul das ist gar nicht tag schadensmodul auch gut und das sieht auch gut aus der unterstützer kräfte wiederherstellung und verteidigung soll man das schild nehmen ja komm nimm das schild perfekt machen wir jetzt ist mir aufgefallen dass wir überall namen brauchen und ich habe mir einfach jetzt überlegt nehme einfach die namen von leuten die hier viel kommentiert haben auch wenn sie nicht geschrieben haben komm benenn das nach mir eno77 hoffe das in ordnung dass ich deinen helm nehme danke für den tipp gerade auf der nexus dann geht es weiter mit beinen und zwar nehmen wir hier den relikt beinschutz packen wir hier rein reaktionsverdringer kombo radien ach warum nicht ne finde ich gut schild beschleuniger das ist ungefähr tag aufleiten tag schadensmodul den hätte ich gerne überall drin ne dann werden wir schön gleich rum taggen und mit der mit der kombo das machen kann ich sogar noch einen reinnehmen schild verstärker ach dann nehmen wir mal maximale schildleistung dann das sind die beine beine kann ja nur eins sein dann müssen wir hier den killer frosch also auf jeden fall nehmen mit seinen beinen ich hoffe ich kann jetzt weitaus besser springen und was fehlt uns denn noch ich glaube arme fehlt uns dann nehmen wir dann nehmen wir dann hier eigentlich immer das gleiche ne bei der rüstung schildregeneration ja ist auch nicht schlecht tag schadensmodul wollte ich überall drin haben tag auflade modul dass wir schneller am start sind auch da ja hier habe ich einfach spontan namen rausgesucht vergeht mir wenn ich euren jetzt nicht genannt habe aber ich habe ganz schnell durch die durch die kommentare geguckt und die bei die arme nennen wir ok ja ich hoffe ihr seid alle damit zufrieden obwohl ihr nicht gefragt habt habe ich das jetzt einfach so gemacht aber bei den waffen wurde gefragt und zwar bei den sturmgewehren ich wollte aber erst noch erst noch was gewisses machen und zwar wollte ich im inventar deshalb habe ich ja extra ein anderes gewehr gewählt die wollte ich zerlegen die black widow 6 ja soll dass wir noch mehr mats haben ach das wird jetzt alles in Ordnung nein das passt auch schon dann stellen wir nur noch zwei sachen her und zwar stellen wir her waffen präzisionsgewehre die black widow 8 und hier haben wir schon richtig schön fünf verschiedene module da nehmen wir biokonverter der hat mir richtig gut gefallen der biokonverter muss man einfach so sagen da konnte ich nämlich so durchschießen und ja ist egal dass wir die dingens nicht hatten die doppel mod erweiterung war auch super die nehmen wir auch mit rein schön was goldenes jetzt gucken wir mal waffenschaden und waffenschaden ist auch perfekt was können wir noch reinnehmen was war das denn hier das weiß ich gar nicht kampfaufladetempo ist glaube ich ganz gut reaktionsverdreger reaktionsoptimierer gesamt kombo schaden auf jeden fall radien haben wir jetzt schon viel drin ne dann nehmen wir nochmal tech ich gehe jetzt mehr auf schaden weil durch die rüstung haben wir unheimlich viel schon die stellen wir her und die nennen wir die white devil gun oder warte noch besser mega naja komm eine steigerung geht noch die white devil ultra gun yes the white devil ultra gun wird uns hart verfolgen white devil gefragt ob er hier Namen haben könnte oder ob ich das vergeben könnte gerne ist mir auch lieber gewesen als die standard Namen zu nehmen und eine sache haben wir noch die ich machen würde ganz gerne das asari schwert ich habe normal immer ein standard genommen jetzt nehmen wir eins weil beim asari schwert die besonderheit haben wir gar nichts goldenes mehr hier oder ne komm dann machen wir ähm reaktionskomboschaden nehmen wir noch mit rein ja ja nehmen wir auch mit rein tech schadensmodul auch mit rein wir gehen jetzt richtig schon auf unterstützer kräfte wiederherstellung und verteidigung ja schadenbrauch antipanzerungsmodul auf jeden fall kräfte 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 waffen schaden ja ganz genau haben wir auch noch eine von die nehmen wir rein und die werden wir auch benennen hatte auch Namen nachgefragt und zwar doomschild hatte nachgefahren und die nehmen wir die doomschilds wenn schon denn schon ja doomschilds killer blade also ok dann sind wir ausgestattet und wir werden das ganze auch mal kurz anlegen was heißt kurz ich hoffe für länger und es zieht uns keiner aus azari hier nehmen wir das natürlich das doomschilds killer blade dann gehen wir weiter hier gehen wir auf präzisionsgewehre und zwar so weit der will ultra gun so da muss ich gleich noch die was muss ich jetzt machen was können wir denn da nehmen da nehmen wir hier ist präzision ach jetzt habe ich so viele auch hätte ich mal besser sortiert Reserve munition nehmen wir rein dann nehmen wir hier ist auch wieder präzisions ja auf jeden fall den schaden nehmen wir rein dann ähm nehmen wir hier rein schon wieder präzisions präzisionsgewicht können wir uns leisten dann kriegt das präzisionsgewehr mehr präzision klingt für mich jetzt erstmal logisch und als letztes nehmen wir noch durchschlagkraft ich bin jetzt und manche beschäftigen sich da ja fast mit einem mathematischen studium was die durchschlagskraft oder ich weiß nur dass das gut ist und so bleiben wir was wir natürlich jetzt noch machen ist dass wir den helm anziehen oh 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 ja elidas hardstyle body ja das sieht doch das sieht doch bitter aus wie wir da gleich ankommen werden die killer froschbeine und den die ok chen ja also wenn die ähm was können wir noch bei brüste ach ja das war waren die doofen sachen ne wo wir so viel nack ne können wir nicht brauchen waffen minus 15 waffenschaden schwebedauer brauchen wir auch nicht bei aus gesund ne die haben wir nie zugesagt aber so bleiben wir dabei auswahl bestätigen perfekt ich hoffe ihr seid noch bei mir obwohl ich jetzt hier gerade so viel shoppe und baue und tue und mache aber das würde ich ganz gerne vor dem finale machen und das würde ich auch ganz gerne mit euch machen damit ihr auch bescheid wisst wie wir gleich antreten und das ist auch noch mal wichtig das sieht ja hart aus ähm hier passen wir noch mal die farben an und zwar was können wir hier machen vielleicht so ein schön dunkles rot hier würde ich gerne auf so ein grau gehen das ist mit so rot die rüstung was können wir denn hier beim muster einstellen das ist am extremsten nehmen wir die muster farbe das gefällt mir nicht vielleicht irgendwas doch in die rote richtung das würde passen zu dem na dreh dich mal will jetzt auch nicht zu lange hier rumhampeln aber ich würde gerne irgendwas finden was uns sieht das böse aus ich glaube ja oder wollen ja auch so ein bisschen böse ankommen ja wahrscheinlich schreit der eine von euch jetzt las doch las doch oder macht doch auf jeden Fall anders oh jetzt habe ich mich vertan und so bleiben wir jetzt ich will jetzt auch nicht zu lange machen also das sind das sind für mich immer so Sachen da kann ich mich ewig und drei tage mit aufhalten bis ich wirklich ich guck mal wie das ganze ausschaut ich guck mal wie das ganze ausschaut wir gucken mal wir gucken mal ein bisschen ein bisschen so ein ja ein bisschen heller reingehen und dann machen wir uns schon auf den Weg bereitet euch bloß schon mal vor dass wir gleich noch Talentpunkte verteilen müssen um gut vorbereitet zu sein wir fliegen los und wir fliegen in das System rein was wir brauchen ich weiß gar nicht ich wollte gerade den Namen nennen aber mir fällt das auch nicht mehr ein da das Sifki System Waffen haben wir hergestellt ja beziehungsweise in der letzten Folge ist die Moral unserer Crew ganz ganz oben wir haben neue Waffen und ich bin quasi umgeben mit euren Rüstungsteilen also der Crew geht es gut mir geht es gut euch ihr seid dabei das kommt ja schon fast dem Cheaten nah es fühlt sich anders an jetzt wieder hierher zurück zu kommen und ich denke wir sind bereit Sam hat einen möglichen Override für die Relikt-Schiffsteuerung markiert einen Turm mit einem unabhängigen Energienetz er könnte eine der Steuerungen sein mit denen Meridian verliebt wurde und eine Möglichkeit es wiederzufinden ok sehr gut und ja wir docken alles ja das ist die die Frage die letzte Frage ist natürlich wen nehme ich mit Cora würde ich ganz gerne mitnehmen einfach auch wegen ihrer Kombinationen-Möglichkeiten und der Schildauflade-Funktion die sie hat und hier hier Liam du warst ähm du warst ein super Begleiter aber der den Drag nehme ich einfach mit weil der übelst draufhaut und übelst gute Sprüche dabei hat ich glaube das ist meine meine liebste Kombination die ich hier habe was ich hier noch ganz gerne mitnehmen würde und zwar Kuro soll ich Kuro soll ich Brand nehmen hier würde ich ganz gerne wer weiß was auf uns zukommt das hat nämlich immer den Kobra-Raketenwerfer mit der hat mir auch schon gute Dienste erwiesen hier haben wir alles waffentechnisch ganz genau haben wir haben wir auch alles und dann können wir uns eigentlich auf den Weg machen ja es sieht alles gut aus Pathfinder finden Sie den Override setzen Sie diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian und vielleicht haben wir ja ausnahmsweise mal Glück bereit? mehr als bereit ja unsere Zeit ist gekommen alles was wir geleistet haben hat uns hierher geführt Tempest wir gehen rein Bisher ist alles ruhig aber irgendwas hat sich verändert die Orbital Scans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt und das heißt? die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override Steuerung durch die Tür seien Sie wachsam ich wollte mir gerade die Rüstung angucken aber von vorne zumindest auch mal aber das lässt ja auch nicht zu und sie sehen nicht freundlich aus alles klar und sie sehen nicht freundlich aus dann kommt noch mehr sie wollen diesen Ort um jeden Preis verteidigen so Widerstand mit Spächer weiter so so Leute ich krieg gerade ja ich krieg gerade ein bisschen wenig mit ich muss mich erst vereinsließen dann ja das klappt klappt sehr gut mit dem höheren Schaden das klappt auf jeden Fall besser mit dem höheren Schaden müssen wir eigentlich noch so viel looten also ich guck jetzt mal was ist das da unten das interessiert mich jetzt schon hier auf jeden Fall ein Behälter aber das finde ich schon kaputte Drohne die sieht hier irgendwie total irre schon aus eine letzte Reliktür die Steuerung liegt direkt vor ihnen die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin lassen sie uns keine Zeit vergeuden ja so einfach kann das alles nicht sein wir sind endlich am Ziel wir müssen nur den Override dann ist alles bereit Relevante Daten für upload bereit okay dann wollen wir mal die Linkschiffe sind gestartet sie folgen dem Override Vektor die Geißel bewegt sich aber sie kommen durch zu was auch immer Meridian Pathfinder Echt der komische Planeten er ist hohl eine Dyson Sphäre so groß wie ein Mond eine autarke Saatbild das Herz des Gewöbelnetzwerks wird sie reaktiviert beeinflusst das alle verbotenen Planeten sie kann Helios zu einer Heimat machen auf diesen Tag auf diesen Tag hat jeder von uns hingearbeitet seit wir unsere Galaxie verlassen haben meinen Glückwunsch Parfweiner welch großer Tag für uns alle die Jörg der Schärfe der hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten aber du bist eine Fälschung eine Lüge als ich erkannte was dich zu etwas besonderem machte deine Verbindung wusste ich wie und wann ich sie dir nehmen würde Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Sam benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein weiterer Grund, die Hyperion zu kamern. Stürze in die Finsternis, Barfinder. Du warst einahe würdig. Wow. Offensichtlich ist er zu feige, mir direkt gegenüber zu treten. In die Krankenstation. Dort sind sie sicher. Was geht hier vor? Wüsste ich auch gern. Hallo, Sarah. Sam? Wie kommst du? Was ist da draußen los? Sie töten die Leute. Kehrtruppen durchkämmen das Schiff. Sie suchen nach ihnen. Sarah, der Pathfinder, braucht ihre Hilfe. Das ist verrückt. Er hat Meridian doch fast. Der Archon hat meine Verbindung zu dem Implantat ihres Bruders unterbrochen. Wird sie nicht manuell wiederhergestellt, stirbt er. Was? Sarah, bitte. Holen Sie sich an die Poker 4 eine Waffe. Verdammt. Worum geht es hier, Sam? Was weißt du? Der Archon hat es nicht auf die Hyperion abgesehen. Er will sie und mich. Sie haben das gleiche Implantat wie der Pathfinder. Er wird uns benutzen, um Meridian zu kontrollieren. Und ihr Bruder wird sterben. Der Archon wird ihn töten? Nein, mich zu verlieren wird ihn umbringen. Okay. Es tut mir leid, dass ich Ihnen im Kampf nicht helfen kann. Ich habe zu viele Funktionen des Implantats ihres Bruders übernommen. Mich zu verlieren wird ihn töten. Als die Kommunikation ausgefallen ist, ist also auch er zusammengebrochen? Beeilen Sie sich, Sarah. Okay. Du hättest ja ruhig mal eine andere Waffe aus dem Stand nehmen können, anstatt hier so eine Spielzeugpistole. Sag mal, habe ich... Was für... Was für Waffen habe ich denn da? Okay. Sehr gut. Lässt du wohl meinen Bruder in Ruhe? Also da hätten wir ja gerade gar nicht so einen Aufstand machen müssen mit den Waffen, wenn ich jetzt eh hier mit einer... Und da hätten wir jetzt ganz kurz vorgleichen... Wer bist du denn? Ach, der ist der Captain von der Hyperion. Sehr gut. Dann beeilen Sie sich besser. Sehen Sie zu, dass Sie zum QVK kommen. Na los, Sie müssen in den Zugangstunnel. Wir werden Sie aufhalten. Ja, macht mal. Sam, dann wird nicht lange durchhalten. Wie sieht der Plan aus? Sie müssen ein Reboot-Signal senden. Es wird das Implantat Ihres Bruders rekonfigurieren. Wie ein Wax-Reset? Ja, um. Okay, da wären wir. Ein einziger Impuls, Sarah. Das ist alles, was der Parfall da braucht. Und er wird vermutlich den Archeon alarmieren. Dann weiß er, wo ich bin. Es tut mir leid. Mir auch, Sam. Mir auch. Naya-Churis! Hm. Bin gerade ein bisschen, ein bisschen geflasht. Geh auf! Tempest, der Pathfinder ist zusammengebrochen. Bitte komm! Ryder, Sie waren tot. Die Hyperion ist offline, genauso wie Sam. Wir müssen wieder zurück. Moment mal, Sam ist... Das hier ist eine Reliktür. Ohne Sam können Sie nicht das Geringste tun. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Durchhalten, Ryder. Machen Sie einfach langsam und gleichmäßig. Wir müssen zurück. Sie bewegt sich. Ihre Vitalwärtsspiel und verrückt. Ist das eine gute Idee? Ich kann es schaffen. Ich fasse es nicht. Geht... Geht es Ihnen gut? Wir müssen zur Tempest. Beeilung. Ja, Cora, ich hab bloß keine Ahnung, warum du mich... Was ist jetzt mal? Pathfinder. Oh, bitte komm. Wir hören Sie, Tempest. Ich hab ihn. Ich hab... Hey! Pathfinder. Die Cat haben die Kommunikation lahmgelegt und die Hyperion gekapert. Was? Ich weiß. Der Arschon hat das geplant, seit wir auf seinem Flaggschiff waren. Er hat mich benutzt. Sagen Sie, Lexi, Sie soll sich bereit halten. Ryder braucht eine Behandlung gegen... irgendwas. Scheiße! Wir erhalten Berichte von... überall. Sämtliche verbliebenen Cat-Schiffe haben sich in Bewegung gesetzt. Das hat der Arschon veranlasst. Wenn er Meridian bekommt, wird er Welten zerstören. Angefangen mit Eos. Er denkt, er hätte gewonnen. Pathfinder? Es fühlt sich irgendwie so an, als hätte er damit recht. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich komme und das machen wir. Da sind Sie ja. Sie müssen damit aufhören. Ich werd's versuchen. Was ist mit der Arche? Sie ist immer noch mit einer kleinen Flotte auf dem Weg nach Meridian. Sie haben das letzte Signal von ihr empfangen. So leicht gehen wir nicht auf. Wir müssen hinterher. Wir brauchen einen Plan. Schiff stoppen, Arsch töten. Und wie? Wir sind vielleicht unterlegen, aber es gibt immer einen Weg. Immer. Einen Weg. Er hat die Hyperion. Und damit wie viele tausend Geiseln? Wie viele Welten zerstört er, wenn wir nichts tun? Und wie viele retten wir, wenn wir uns umbringen lassen? Tja, irgendwas müssen wir tun. Ich weiß, aber die Tempest ist nur ein Schiff und sie ist unbewaffnet. Sie, das ist einfach unglaublich. Können Sie sie dazu bringen, für uns zu kämpfen? Damit können wir die Kett schlagen. Diese Hoffnung könnte andere dazu bringen, uns zu helfen, aus dem gesamten Cluster. Gemeinsam haben wir eine echte Chance. Ziehen wir in ein letztes Gefecht. Ich habe eine Kampfflotte aus dem Nichts erschaffen. Wenn uns all unsere Freunde beistehen, können wir den Archeon besiegen. Wir werden es schaffen. Versuchen wir es. Ja, mit ganz Helios würde ich... Das würde ich jetzt wählen. Ich halte jetzt keine Rede. Oder bitte sie für mich zu sterben. Ich sage, wir rammen dem Archeon die Relikte in den Hals. Und vielleicht haben wir so eine Chance. Wir alle. Wir bieten den gesamten Cluster auf. Jeder in Helios hat es verdient, Rache zu nehmen. Wow. Sie haben alle motiviert, Pathfinder. Und Sie werden bereit sein. Aber ich muss mit Ihnen sprechen. Treffen Sie sich bitte auf der Brücke mit mir. Okay, das mache ich, Cora. Naja, gut. Vielleicht habe ich die letzte Rede ein bisschen verkackt. Da hätte ich mir jetzt was Schöneres vorgestellt. Sowas wie in Independence Day. Ich werde jetzt auch nur noch mit Cora reden. Ja, wartet. Wartet, 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 wartet. Haben wir alles und was hat... Ob sie eine modifizierte Reliktkopplung halten wird? Klar wird sie das. Gil und ich haben sämtlichen Kram verdrahtet. Und er sagt, alles ist in Butter. Das ist gut, oder? Ja, wir haben hier alles. Und wir werden die Mission jetzt auch starten. Aber um uns da komplett Zeit für zu nehmen, machen wir das gemeinsam in der nächsten Folge. Und da freue ich mich schon auf euch. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Es kommt einiges noch auf uns zu. Also, bis dahin. Dann können wir wie ein paar Mal in der nächsten Folge. Vielen Dank.